und heute spielen wir wie ihr schon sehen könnt das lichtschwert simulator bzw laserschwert ich will sagen wir legen auch direkt los wir müssen hier die ganze zeit das hier machen und dann einfach verkaufen die frage ist jetzt gerade warum schon 60k habe ich weiß selber nicht wegen einfach mal in den shop ein bisschen einkaufen würde ich sagen also item warum habe ich denn so viel geld ich kann mir alles durchkaufen warte mal dna klasse ok 2 million kostet lehrling dann brauchen wir uns hier erstmal kurz alles bis 600 das kostet 800 dann kommen und das hier noch wir können ja erstmal hier die ganzen laser schwerter wo ein blaze laser schwert jetzt kosten die nämlich schon mehr 12 so gehen wir hier noch in 35.000 maximum dann würde ich sagen kommen uns hier noch mal das ok geht nicht mehr dann müssen wir kaufen hey nice haben wir durch mal das an wie es aussieht sehr nice ihr seht auch ich mache plus 550 gemacht wenn ich das mache hier man kann hier eier sammeln soweit ich weiß wir können immer diese eier tägliche tägliche belohnung warum gibt es eigentlich eigentlich nicht ganz so verkauf und das geht man kann anscheinend auch stets upgrade 2000 nur 8 2000 kronen ok also man kann ja auch hoch gehen anscheinend da ist dann so ein boss weil ich schick diese eier noch nicht ganz ich habe ein was ist das nicht da kommt oder was wir machen das einfach mal kurz 150 kann ich haben ok war dann komme ich jetzt hier hin dann verdiene ich glaube ich irgendwie hier so kronen oder was weiß ich schreckt das ganze hier noch nicht so ganz belohnung in drei sekunden ok also wir müssen hier kann man sich so eier auch gucken wir mal auch wieder mit kronen ja die habe ich natürlich nicht okay also jetzt habe ich die doch erst mal kurz auf die schnelle 50 mitte gemacht ja natürlich können wir uns ja hier direkt mehrere doppelsprünge kaufen auf 4 millionen schon so ich habe jetzt wie teuer ab wie habe ich das gerade richtig die bin und 60.000 720.000 8 millionen 103 millionen habe ich nicht also 3 und 57 millionen okay das könnte ich mir holen aber ich hole mir lieber ein haustier ojo wie hoch ich jetzt springen kann ok also warte wir haben ja millionen das heißt wir können uns ja hier das für 50.000 holen wir öffnen jetzt mal eins und in der zeit können wir auch direkt hier weiter cc bot vier sterne hat er äh haustiere boah jo der macht sehr viel ähm dings muss ich sagen möchtest du wirklich alle haustiere kombinieren ne ach man kann die dann auch kombinieren ok man das ist ja voll kacke das blöde ding also den cc zwei sterne ja wir machen mal so lange wir machen jetzt mal böse ich habe auf einmal billionen haustiere alle kombinieren ja so kann ich den nicht kombinieren was ist hier besser der ist dann nehmen wir den ausrüsten so ok ah jetzt habe ich 30 millionen auf ganz entspannt so 5742 ok das kostet jetzt wieder billionen dann kaufen wir uns hier das auch nochmal komm dann kaufen wir uns das hier nochmal und das hier auch noch und das können wir uns auch noch so können wir mal kurz gucken ob ich hier tatsächlich noch der bin die mal kurz verkaufen so wir können uns gleich hier das alles wiederholen hier diese flagge ne das kann ich die da ist genau dann holen wir uns die gleich mal wir holen uns jetzt erstmal hier alle kaufen jo sag uns hier mal kurz alles durchgekauft machen wir jetzt hier bei dem auch nochmal alle kaufen ja nice jetzt haben wir schon billionen tatsächlich wir haben ein nice ist schwer ich habe keine ahnung wie das heißt so wir holen uns hier aber nochmal kurz das und dann gehen wir weiter nach oben so da unten läuft gerade jemand können wir vielleicht gleich töten da unten ist jemand ok so 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 ich bleibe jetzt hier und bewache das kurz oder ich habe jetzt einfach schon einen Tee wir können uns hier bei dem lichtschwert wieder alles kaufen ja was haben wir jetzt ojo wir sind die fett ok ojo wir haben dieses hier alle kaufen ja so ach so ach so wir können uns ja hier kurz ja ach so stimmt jetzt ist alles wieder zurückgesetzt aber man kriegt jetzt so schnell tatsächlich hier verkaufen hier habt ihr gesehen ich habe jetzt schon wieder millionen zack ok langsam wird es langweilig wenn ich jemand drücken muss so dann gehen wir hier kurz auf lichtschwert und kaufen uns wieder alle äh perfekt hier auch zack ok dann gehen wir hier nochmal kurz zum zu den skills jetzt mal was wir dort holen können ok das funktioniert nicht 179 125 ok dann gehen wir jetzt hier nochmal gucken ok wir sind immer noch da oben so wir gehen aber jetzt hier hoch da ist auch irgendwas was man sich holen kann dann gehe ich da mal kurz hin so dann holen wir uns hier kurz mal die flagge wir sehen uns gleich wieder wenn ich die flagge kurz geholt habe so da habe ich die flagge und wir müssen auch der wieder verkaufen das machen wir natürlich jetzt haben wir so wenig oh achso ich wollte gerade sagen naja warum nur so wenig ok so neue lichtschwerter let's go ok inzwischen haben wir jetzt schon den aber wir können mit 150 million einmal wieder zurücksetzen würde ich sagen warte wie viele gibt es denn ok es gibt nicht so viele ja dann können wir dort hier machen so zack ja wie leid ist das zurücksetzen und das kostet wir tun jetzt erstmal alles nur so durchkaufen würde ich sagen so in den gestehen bleiben inzwischen hängt es sogar schon das spiel kommt nicht mehr mit jetzt zack ok und wo wir uns hier mal kurz alle schwerter yes und bei dna auch alles so können wir uns nämlich gleich hier wieder das für 11 millionen holen so ich habe jetzt schon wieder alles voll das ist doch nervig ja kaufen für 800 ok jetzt wird es aber ein bisschen teurer so kaufen kaufen hallo ich will verkaufen wenn danke ok ich habe irgendein abzeichen bekommen nice aber inzwischen leckt das hier schon übelst ja alle kaufen ja alle kaufen da so wie so ein gelbes schwert ja ich sehe schon ich habe hier 300 millionen jungen warum leckt das denn hier so ey der hat mich getödelt leute ich würde sagen das war es mit dem video wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein like ein abo und ein kommentar da mich wird es auf jeden fall sehr freuen und auch supporten falls ihr noch eine folge davon haben wollt lasst es mich gerne wissen und schreibt es mir einfach äh hast einfach ein like da dann sehe ich das ja schon jetzt habt ein traumhafter verlandert euch tschau tschau